Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Heute ungeschminkt, weil es einfach voll warm hier drin ist. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich wollte euch meine aufgebrauchten Sachen aus dem, ja ich schäme mich ein bisschen, April zeigen. Aber ihr wisst Bescheid, neuer Job, pipapo. Wenig Zeit und ja, ich komme nicht dazu, aber ich hole es auf jeden Fall nach. Beginnen wir heute mit Creme. Ich habe eine ganze Hand Creme leer gemacht. Das war mal so ein extra Aufsteller. Das ist die Cake My Day Hand Creme mit Joghurt-Viersich-Eis-Duft. Ich meine, ja die roch sehr sehr geil. Irgendwie wie so Viersich-Ringe, nur ohne, weiß ich nicht, es erinnert mich auf jeden Fall so an Viersich-Ringe. Also noch nicht mal nach Eis wirklich, würde ich sagen. Aber die hat mir gut gefallen, zumindest vom Duft. Die zog auch relativ schnell ein. Ist jetzt nicht die krasseste Pflege, gerade nicht bei trockener Haut. Aber die war zwischendurch sehr sehr nett auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Duft. Da hat Adrian einmal hoch. Sitz. Von Douglas Mann das Active Deo Spray aufgebraucht. Das ist mit Bambusextrakt und Aloe Vera. Ja, riecht männlich. Ich glaube, das habe ich sogar richtig oft an ihm gerochen, tatsächlich. Und das hat mir an ihm gefallen. Es kommt ja bei Duft immer darauf an, wie reagiert die eigene Haut so damit. Bei ihm rochst du auf jeden Fall ganz gut. Ich würde das aber mehr so als Parfüm-Deodorant irgendwie einstufen, weil das schon, ja, sehr parfümig roch. Also nicht so wirklich frisch oder so, sondern schon sehr sehr herbmännlich. Schon so ein bisschen in die Richtung Aftershave vom Duft her. Fand er aber anscheinend ganz gut. Gut, dann eine Parfüm-Probe von Jo Malone. Das ist Honeysuckle und Devenna. Ich weiß nicht, was Devenna ist. Und Van Cologne. Also ein EDC quasi. Das gefiel mir einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Mir kommt auch absolut gar nichts mehr aus. Ich versuche gerade. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nicht mochte. Wonach roch das genau? Hier ist nur noch echt minimal Duft quasi. Irgendwie schon herb. Also nicht irgendwie nach einem femininen Duft. Ich kann euch auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ob das nicht eigentlich ein Herrenduft ist. Und ich entsorge ja immer bei Parfüm-Proben direkt diese Briefchen, wo die quasi irgendwie drin sind. Kann gut sein, dass es ein Männerparfüm war und es mir deswegen nicht gefallen hat. Möglich ist alles. Also ich bewahre die immer nur halt so auf. Gefiel mir auf jeden Fall nicht. Ich habe es eigentlich als femininen Duft irgendwo eingeordnet. Aber halt einer, der mir nicht gefällt auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Rasieren. Da habe ich ein Rasiergel aufgebraucht. Einmal die LA Ice Berries. Fand ich sehr, sehr geil. Die wurde so, ja okay, ist jetzt eklig verangetrocknet. Aber die war so rosa. Die war überhaupt nicht lila oder so. Aber die roch extrem gut. Also mir gefiel die mega. Und ich mag die Balea Rasiergele total gerne. Und ja, die Sorte kaufe ich halt eben nicht nach. Aber ich kann euch versichern, ich habe noch aus der Reihe oder beziehungsweise von derselben Art eben noch andere Duftsorten hier. Und das sind auch so Dinge, die kaufe ich immer wieder nach. Immer wieder die neue LE oder allgemein neuer Duft, der rauskommt. Finde ich sehr, sehr angenehm. Denn kommen wir zum Nagellack. Ich habe einen Basecoat aufgebraucht. Nämlich von Catrice. Das ist den Ultra Stay Gel & Shine Basecoat. Ups, meine Katze ist rausgegangen. Mittlerweile ist der halt eingedickt. Aber der ist, was das angeht, der ist nicht leer. Also nicht so komplett leer. Ist jetzt halt der Rest eingetrocknet. Ich habe das leider bei sehr, sehr vielen Basecoats. Das so circa ab hier. Entweder ist das Pinselchen nicht lang genug, dass es, wenn ihr das offen habt, gar nicht mehr bis unten überhaupt rankommt. Dass es dann so hier ist. Und ihr habt eigentlich keine Chance, hier unten so, ich sag mal, ab da den Rest überhaupt noch zu benutzen. Oder er wird super schnell zäh. An sich, wenn ich ihn ganz reindrehe, wird es noch irgendwie funktionieren. Bedenkt, das liegt jetzt auch schon. Wir haben mittlerweile Juli. Eine Zeit lang jetzt schon in der Aufgebrauchtüte. An sich fand ich den echt gut. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, irgendwann wurde mir das viel zu umständig. Jedes Mal komplett zudrehen, dass ich da überhaupt noch an den restlichen Lack komme. Und der Rest ist jetzt eben endgültig in den letzten zwei Monaten, zweieinhalb Monaten eingetrocknet. Ja, aber fand ich eigentlich ganz solide. Ich glaube, gibt es aber nicht mehr. Machen wir weiter mit so Basic-Kram. Einmal Ebelin-Kosmetiktücher, die XL-Packung. Immer, ne? Ich weiß nicht. Ich habe die permanent hier stehen. Immer wenn ich eine neue nehme, nehme ich nur die Lasche und tue die Lasche in meinen Aufgebraucht. Und zeige euch nicht die ganze Box, weil das nimmt viel zu viel Platz hier in meiner Schublade ein. Dann von Shisara Duo-Wattepads. Ich habe tatsächlich die kleinen, alle von Ebelin mittlerweile aufgebraucht. Ich habe nur noch diese Maxi-Wattepads hier. Die benutze ich gerade zum Nagellack entfernen. Ich finde die aber um einiges besser, weil die an den Seiten auf jeden Fall, die flädern nicht so auseinander. Also die sind, meine ich, vom Netto gewesen, Shisara. Müsste Netto gewesen sein. Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich noch drei, vier Packungen hier. Würde ich auch auf jeden Fall nachkaufen. Machen wir mit Duschgel weiter. Adrian hat einmal Isana Man das 3-in-1-Dusch-G Fresh aufgebraucht. Das ist okay. Das geht so in so eine zitrisch-frische Richtung, würde ich sagen. War aber angenehm. Ich persönlich würde jetzt nicht damit duschen. Aber ist ja auch nicht für mich. Womit ich aber sehr gerne geduscht habe, war von Treckle Moon. Einmal dieses Sugar Red Almond Tarte. Die Duschcreme davon. Die war halt, sieht man glaube ich hier unten noch, so hellfliederfarben. So ein schöner Duft. Total Mandel schon fast marzipanisch irgendwie. Also so ein bisschen süßer als einfach Mandeln. Voll lecker. Fand ich echt gut. Habe ich glaube ich im März angefangen gehabt. Und ja, im April wurde sie halt leer. War auf jeden Fall solide. Ich mag die Treckle Moon Duschgele übrigens alle sehr gerne. Machen wir weiter mit Baden. Da habe ich einmal von, von was bist du denn? Aroma Therapy Associates, keine Ahnung. Das De-Stress Muscle Bath & Shower Oil aufgebraucht. Ich meine, das hatte ich mal in einer Pinkbox irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. Oder in irgendeinem Adventskalender bestimmt. Ist halt nicht mein Duft. Das ist dieses medizinische, ja für mich geht es nach Rheuma-Bart. Irgendwie na. Also ich bin gar kein Fan von diesem medizinischen Rückenwohl-Rheuma-Pipapo. Auf die meisten reagiere ich sogar tatsächlich allergisch. Meine Haut wird richtig rot und brennt. Ich bin so mehr die Sparte Eukalyptus und Lavendel-Bart, wenn es irgendwie so was Kräuteriges ist. Ja, war halt nicht ganz so meins. War aber dadurch, dass es ein Öl war, ganz nett. So vom Hautgefühl hinterher. Nur, ich weiß nicht, würde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Auch nicht irgendwie nochmal eine andere Sorte. Das wäre jetzt so eine Marke, die reizt mich halt nicht so. Von Orenique. Das Aloha Dream entschleunigende Erholung. Okay, die. Badeperlen. Mit Hibiskus und Papaya. Ich finde Papaya ja einfach mega geil. Hibiskus mag ich auch sehr gerne. Das roch einfach richtig göttlich. Badewasserboot orange hiervon. Nicht wie man direkt meinen könnte, irgendwie pink. Hat auch gut gerochen noch in der Wanne. Also nicht nur so im Päckchen. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Müsste ich mal überlegen, ob ich es nachkaufe. Aber war jetzt nicht der haut mich voll von der Socken duft. Von TTZ. Eine Portion Glück. Pfirsich und Vanille. Das aufmunternde Badesalz. Duft ja ebenfalls in die Wanne wandern. Das roch. Ja, leicht. Eher so in die pflegende Richtung. Pfirsich kommt aber auf jeden Fall raus. Vanille eher weniger, würde ich sagen. Eher so wirklich in die Pfirsich-Richtung. War, meine ich, einfach nur weiß, oder? Ich glaube, es war weiß. Oder so ganz, ganz leicht orange vielleicht. Auf jeden Fall nicht irgendwie eine knallige Farbe. War okay. Wäre jetzt aber auch nichts, was ich unbedingt nochmal da haben muss. Da hat mich auch der Duft jetzt nicht so krass von der Socken gehauen. Dann machen wir mit Zahnhygiene weiter. Von Don't Odent. Einmal die, ähm, war das eine Zahnpasta? Oder war das eine Zahncreme? Ich meine, es war für mich, ich würde eher sagen, das war ein Zahngel. Es wird als Zahncreme hier deklariert. Ähm, genau. Auf jeden Fall in der Richtung Pink Grapefruit. Gab's, meine ich, nicht so im Sortiment. Sondern war auch irgendwie in so einer Extranische irgendwo. Ähm, an sich war so, so orange-rosa. Ja. War mehr so, ähm, ihr seht das vielleicht im Deckel hier. So, so durchsichtig. Das Ding ist, die, die riecht auch nach Grapefruit. Okay, die schmeckt auch ein bisschen so, aber irgendwie zu süß. Also, ich weiß nicht. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, sobald das im Mund, hört sich jetzt vielleicht eklig an, aber sobald, äh, das aufgeschäumt ist und irgendwie wärmer wurde, ne, weil, äh, wird ja nun mal warm. Genauso wie Mundspülung im Mund ja irgendwie, ne, wärmer halt wird von der Temperatur. Ähm, ähm, wurde das ein ganz ekliger Geschmack. Also, wir haben es aufgebraucht, ne, wir haben jetzt nicht irgendwie bei der Hälfte der Tube gesagt, boah, nee, super eklig. Aber irgendwie, ähm, hat die kein frisches Mundgefühl hinterlassen. Also, sowohl ich als auch Adrian, wir fanden die beide nicht sonderlich prickelnd. Ne, wie gesagt, nicht so widerlich, dass wir sie jetzt auch irgendwie aussortiert hätten, wie ich meine. Was hab ich denn mal aussortiert? War das eine Sensodyne oder? Äh, ne, eine Parodontax, die fand ich mal richtig widerlich vom Geschmack. Die haben wir aussortiert, die konnten wir beide absolut nicht im Mund behalten, ohne gefühlt uns fast zu übergeben, weil es wirklich widerlich war. Aber die war nicht schön. Irgendwie, äh, hat sich das danach angefühlt, so auf den Zähnen. Jetzt muss man sich direkt nochmal die Zähne putzen, weil es einfach... Die Zähne waren zwar glatt und so, aber das war kein Zahnputzgefühl irgendwie. So, so null frisch oder so. Äh, Zahnseite-Sticks sind auch wieder leer gegangen. Von Dentalox, Dentalux, wie auch immer. Äh, ich glaube, Lidl oder Penny haben wir die mal geholt. Wir kaufen die ja überall nach. Also wir haben da jetzt keine festen, wo wir sagen, die kaufen wir jetzt immer nach. Meistens läuft es auf, ähm, ja, Donto Dent hinaus, ne, dass wir irgendwie die Eigenmarke von DM in diesen Päckchen da mitnehmen. Aber wenn wir mal einkaufen sind und wir sehen hier so diese größeren Teile, dann nehmen wir die schon mal beim Einkaufen mit. Egal, ob es jetzt Penny ist, Lidl. Ich glaube, beim Kaufland gehen wir selten durch diese Drogerie-Ecke. Aber bei Penny sind zum Beispiel Getränke wie Säfte und alles genau gegenüber von diesem Drogerie-Ding. Genauso wie Katzenfutter irgendwie ein bisschen weiter. Und deswegen gehen wir schon mal irgendwie zum Penny. Und wenn die irgendwas im Angebot haben, dann gehen wir da halt auch durch. Ja, aber sonst, ähm, da haben wir nichts Festes, ne. Die kaufen wir überall irgendwie nach. Die finden wir alle irgendwie gleich gut. Da waren jetzt keine dabei, wo wir sagten, okay, nur noch die. Dann von Happy Brush einmal die superclean Mundspülung. Die war, könnt ihr schon hier unten sehen, so bläulich. Ähm, die war zwar frisch, die war auch sehr minzig. Aber irgendwie, ähm, zu mentholig. Ich glaube, ich muss niesen. Ach, so. Das war jetzt so viel. Ich muss davon niesen tatsächlich, wenn ich das so in der Nase habe. Alles klar, äh, frische Scala 5. Das war auch unglaublich frisch, ne. Also das hat irgendwie dieser Pink-Rate-Wood-Zahnpasse so ein bisschen entgegengewirkt. Dadurch, dass wir beides ja auch parallel benutzt haben. Ich glaube, ich sollte nicht reden, wenn ich hier irgendwie was auf- oder zu drehe. Ja, es war immer so mega laut hinterher in der Kamera. Ähm, aber brauche ich nicht unbedingt nochmal. Ehrlich gesagt, also so lecker oder angenehm fand ich das Mundgefühl danach jetzt nicht unbedingt. Ich bin da sehr, äh, Listerin-verwöhnt. Also die Lilane benutze ich mir ja voll gerne. Ich benutze zwar hin und wieder, also ich probiere mal andere Sachen aus. Aber irgendwie kommt gefühlt nicht so an Listerine, äh, dran. Ich glaube, Clean Mint ist die Lilane-Variante davon, wenn mich nicht alles täuscht. Machen wir weiter mit Haaren. Ich habe einmal von PS, äh, die Hydrate & Restore Argan & Jojoba Oil Rescue Hair Mask ausgebraucht. Irgendwann mal vor, weiß ich nicht wann, wie vielen Jahren bei Primark mitgenommen. Äh, war so weiß und sehr, sehr cremig. Roch eigentlich gefühlt nach nichts. Und war im Endeffekt weniger wie eine Haarmaske, würde ich sagen. Das war so eine Spülung-Konsistenz so gesehen, ne. Das war jetzt nicht wirklich dick. Äh, meine Haare haben sich danach jetzt auch nicht angefühlt, als hätte ich irgendwie eine Haarkur gemacht. Sondern echt, als hätte ich da Spülung halt ein bisschen länger vielleicht drin gehabt. Bräuchte ich nicht nochmal, war jetzt nicht so der Hit. Von Ossi. Das Wash & Blow in a Can Peach Fusion. Boah. Peach Fusion. Das ist Trockenshampoo. Roch sehr gut. Ja, schubst die Tür auf, dicke Mietz. Komm. Oh, es ist die kleine Mietz. Da ist sie. Ja, hi. So. Mia ist da. Ja. Ich komm gleich. So, mach mal hinne jetzt. Wir haben noch ein Date. Äh, weiß- beziehungsweise Grauschleier davon. War okay. Ne, roch auch sehr gut, muss ich sagen. Also gefiel mir auch. Wenn ich jetzt sprühe, dann rennt sie wahrscheinlich weg. Oh, sie sitzt noch. Also ich glaub, ihr seht das, ne. Also das hinterlässt auf jeden Fall einen Grauschleier. Das muss man richtig gut einarbeiten. Ich find das cool, dass jetzt noch was rauskommt. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ne, da ist vielleicht noch was drin. So, so, ich weiß nicht. Ich würde sagen, so irgendwo hier unten. Aber es kommt eigentlich nicht mehr raus. Jetzt, okay, lag es zwei Monate rum. Gut, jetzt kommt wieder was raus. Hat mir an sich gut gefallen. Aber ich muss sagen, irgendwie fühlten sich meine Haare damit, ja, irgendwie klebrig an. Also, äh, ganz, ganz komisch. Ich kenn das ja von, ähm, Batiste. Von den, äh, Trocken-Campoos. Sprühe ich mir auf und die Haare fühlen sich irgendwie halt, ähm, trocken. Ne, hier so überall an der Kopfhaut an. Das war irgendwie, als hätte man immer so ein bisschen wie so ein bappiges Gefühl, wenn man sich grad so das Gesicht eingecremt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt nicht so, so, ja, schwer zu beschreiben irgendwie. Als wären die so ein bisschen klebrig. Aber nicht so krass wie Haarspray. Das gefiel mir daran nicht so gut. Das hat auch lange gedauert, bis es dann irgendwie weg trocknet. Aber ja, würde ich nicht nachkaufen. Ich meine, Aussie wurde, glaube ich, mittlerweile eh komplett aus allen Drogerien, glaube ich, rausgemacht. Oder rausgenommen aus den Sortimenten. Ich weiß gar nicht. Habe ich es letztens noch bei Real irgendwo gesehen? Kann gut sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Egal. Das letzte Haarprodukt Balea aus der LE. Das Shampoo. Und die LE hieß Magic Wonderland. Alles war ja mit magischem Feenduft. Ich habe noch nie an purierter Fe gerochen. Aber es riecht auf jeden Fall nicht schlecht. War durchsichtig. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber hier hinterließ auf jeden Fall keine Farbe. Es hat leider auch nicht geglitzert. Das hätte mich dann auch ein bisschen mehr angemacht. Aber für mich riecht es süß-blumig. Geil. Ich versuche es die ganze Zeit zu umgehen. Ja, süß-blumig. War okay. Ist für mich so ein jeden Tag Shampoo gewesen. Obwohl, ihr wisst mittlerweile, ich wasche meine Haare nicht jeden Tag. Sondern irgendwie alle vier, fünf Tage. Kommt drauf an. Jetzt, wo es wärmer ist, natürlich ein bisschen öfter. Weil ich ja auch auf Kopfhaut schwitze. Aber ansonsten so vier, fünf, sechs Tage. Ich habe halt wie gesagt eher trockene Haut. Dementsprechend auch eher trockene Kopfhaut. Weniger Probleme mit fettigen Haaren. Es sei natürlich, meine Kopfhaut schwitzt genauso wie mein Körper bei Temperatur. Und ja, war ganz nett. Kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Die Haare wurden sauber. Mehr erwarte ich eigentlich gar nicht von einem Shampoo. Es darf hinterher nicht irgendwie, ne, am nächsten Tag meine Kopfhaut nicht jucken. Das hat es bei dem nicht gemacht. Alles okay. Kommen wir zu Gesicht. Da habe ich einmal vernüxt das Ohne de Magilans Micellier aufgebraucht. Sagen wir es auf Englisch. Ich glaube, das kann ich besser. Micellier Cleansing Water with Worse Petals for Face and Eyes. Also auf jeden Fall Rosen, Blüten, Wasser. Auf jeden Fall Gesichtswasser. Na, eigentlich mehr so Richtung Garnier mit Zellenwasser. Mehr was so zum Abschminken, zum Reinigen. Weniger zur Pflege. Ich mag halt Rose nicht, ne. Was soll ich sagen. Das ist, ich glaube, ich habe das damals in der Praxis, wo ich gearbeitet habe. Von der Apothekerin unten mal Geschenke kriegt, als ich mir selber die Nyx-Öle gekauft habe. In diesen Reisegrößen hat sie mir das dazu getan. Ich habe es benutzt. War an sich gut. Übrigens ist das so leicht bräunlich-rosa, würde ich sagen. Also es hat schon so einen leichten Rosatouch. Ihr kennt, glaube ich, alle diese Rosenöle, wo richtige Rosenblütenblätter halt noch drin sind. Dass die auch eher so bräunig sind. Genauso war hier auch einmal die Flüssigkeit. Riecht schon stark nach Rose, muss man sagen. Bleibt auch, ja, schon ein bisschen auf der Haut. Hat mir online vom Duft her nicht so gut gefallen. Aber das Gesicht hat sich sehr gepflegt angefühlt. Also für die, die Rose nicht abgrundtiefer abscheuen, so wie ich, ist das vielleicht was. Ich weiß selber, Rose ist allgemein super gut für die Haut. Ich kann es halt nur nicht riechen. Darum, ich benutze halt nichts mit Rose. In der Regel, es kann immer mal sein, dass Rose als Wirkstoff drin ist, aber nicht als penetranter Duft irgendwie. Und da war mir das einfach zu stark. Na, also darum ist es nicht so meins. Von CMD, Naturkosmetik. Einmal das Natural Serum Deluxe, Hyaluron und Seide. Alles klar. Aber ich glaube mal, in der Luxury Box gewesen. Ich habe einmal ein Jahresabo Luxury Box, habe ich mir mal gekauft. Das ist eine Box, die kommt alle drei Monate. Die ist auch ein bisschen teurer, aber da sind auch eigentlich fast nur Fullsize Produkte drin. Ich meine, da sind nur Fullsize drin. Oder schon krasse Luxusgrößen. Das war okay. Das war so ein gelbliches Öl. Ich meine, das roch auch ganz gut. Kann ich das aufschrauben? Ja, ich kann es aufschrauben. Kann man ja auch nicht bei allen Pumpdingern immer machen. So, ihr seht das auch nochmal. Das ist hier so ein leicht gelbliches Öl. Ja, das raucht gut. Ja, doch richtig in Erinnerung. War okay. Gesicht hat sich echt gut mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt. Ist jetzt nicht so eine Marke, nach der ich explizit Ausschau halte. Ich muss aber auch sagen, die hat jetzt kein Wow-Ergebnis gemacht, wo ich jetzt sagen würde, es würde sich lohnen zu googeln, wo man das kaufen kann. War okay, hat meine Haut jetzt nicht geschadet. War jetzt aber, wie gesagt, nicht der neue heilige Gral meiner Gesichtspflegeroutine. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch Masken. Genau. Und dann sind wir auch durch. Von Balea. Die Q10 Antifalten und Energy Maske. Die war okay. Das war so eine weißliche Creme Maske halt gewesen, die man später wieder abnimmt. Ich finde so Q10 Sachen oder allgemein alles, was irgendwie so Richtung Antifaltencreme und sowas geht. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Mom hat mir mit 18 meine ersten Antifaltencremes mal zum Geburtstag geschenkt. So, so, ne, noch neben anderen Sachen halt. Das war damals, glaube ich, die Balea Q10 Tages und die Nachtpflege. Die hat sie selber immer sehr gerne benutzt. Als ich dann natürlich meinte, Mama mit 18 bin ich ein bisschen jung dafür, weil die Empfehlung ist, glaube ich, bei 35 bis 45 Jahren irgendwie, ne, meinte sie, hör mal, pass auf, du hast noch trockener Haut als ich. Alles, was irgendwie Antifalten ist, ist super bei trockener Haut, weil es um einiges reichhaltiger ist. Und das ist irgendwie so kleben geblieben, jahrelang. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich so eine Q10, also alles, was eigentlich gegen Falten sein soll, so eine Maske oder sowas benutze, dann fühlt sich mein Gesicht tatsächlich gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Und irgendwie ein bisschen praller, jetzt weniger irgendwie im Faltengedöns. Also ich benutze nicht durchgehend irgendwie Antifaltencreme. Das ist nicht der Grund, warum ich aussehe wie 18. Obwohl ich fast 30 bin. Nein, das ist nicht der Grund. Ich benutze einfach super viel Urea und alles und ich gehe einfach nicht in die Sonne. Es sind meine Gene. Ich habe immer Augenringe bis zu den Kniekehlen. Ich schwöre euch, ihr seht das. Ich bin einfach genetisch dafür gemacht, Augenringe zu haben. Ich kann da auch nichts tun. Das ist egal, wie viel ich schlafe. Aber diese dicken Backen gehen nicht weg. Ich glaube, ich kriege nie Falten. Außer wenn ich mein Gesicht so komisch mache. Aber ja, das ist das, was Q10 bei mir macht. Irgendwie, ja, alles gut mit Feuchtigkeit versorgen. Alles so ein bisschen... Ne? Aus der Magic Wonderland L.E. Habe ich auch die Tuchmaske aufgebraucht. Die wahrscheinlich auch mit, ja, mit magischem Feen doof ist. Ne? Riecht auch nach pürierter Feen. Also süß und blumig. Ne? Wir müssen endlich... Wir müssen keine Feen mehr töten, um zu wissen, wie es riecht. Ähm... Sollte Feuchtigkeit spenden. Ich meine, die Passform war gut. Aber... Jo. Jetzt fällt es mir an, jetzt wo ich das auch wieder rieche. Die riecht ein bisschen anders auf jeden Fall als das Shampoo. Ähm... Die hat gebrannt bei mir. Im Gesicht. Ich erinnere mich. Ähm... Passform war zwar okay. Ne? Aber die hat bei mir echt so ein brennendes Gefühl auf der Haut hinterlassen. Ich glaube, die habe ich sogar nach 5 Minuten abgenommen. Normalerweise, ich meine laut Herstellerangaben, soll man die, glaube ich, eh 10 Minuten drauflassen. Genau. Ich lasse eine Tuchmaske auch gerne nach 15 oder 20 Minuten lang drauf. Je nachdem, ne? Ob ich gerade hier irgendwie Sachen rumräume oder sowas. Die hat gebrannt. Also irgendwas darin von diesem magischen Fehlenduft wahrscheinlich, habe ich in meinem Gesicht auf jeden Fall nicht vertragen. Darum, die würde ich auf jeden Fall nicht nachkaufen. Ich meine, LE ist eh vergangen. Momentan ist die Takt Träumer, die aktuelle LE, wo es auch hier Fußcreme und, und... Sag mal schnell, Shampoo nicht, aber Duschgel und Badezusatz und Tuchmaske und sowas gibt. Ähm, die ist ganz gut, die habe ich ja auch schon für euch getestet. Ähm, aber die hat bei mir gebrannt. Die war, die war ganz, ganz anders. Na, obwohl es an sich vielleicht irgendwo dasselbe ist. Sie verspricht ja auch dann irgendwo dasselbe. Aber, ähm, da war was drin. Ähm, ähm, mochte ich nicht. Von Face Love. Nein, Entschuldigung. Oh Gott, jetzt ist mir nicht noch eine falsche Marke. Von, ähm, erstmal hinten gucken. Von Garden Love. Einmal die Apriko-Maske. Das ist eine Radiating Face Sheet Mask. Die ist... Auch da drunter steht es auf Deutsch. Super. Mit natürlichem Aprikosenextrakt für strahlende und ehemäßige Haut, für normale und misch Haut. Eigentlich habe ich ja eher trockene Haut, aber dadurch, dass ich richtig viele Unreinheiten gerade so irgendwie, ähm, zu einer bestimmten Zeit im Monat bekomme, benutze ich auch gerne momentan Sachen für, beziehungsweise gegen unreine Haut. Ähm, die war auf jeden Fall okay. War jetzt nicht so der mega, äh, bleibende Eindruck, den die hier hinterlassen hat. Aber, ähm, die Passform hiervon war okay. Ich weiß nicht. Hatte ich danach eine strahlendere Haut oder eine ehemäßige Haut? Ich würde eher sagen, nein. Aber die war ganz okay. Da war jetzt irgendwie nichts krasses, negatives. Na, also es ist bei mir ein Unterschied, ob die eher meiner Haut schadet. Dann ist es natürlich ein Flop. Wenn die ihre Herstellerversprechen nicht erfüllt, aber irgendwie die Passform ganz gut ist und der Duft ganz angenehm ist, ja, dann ist die für mich so irgendwo zwischen okay und Flop. Und wenn die halt gut riecht, die Passform gut ist und dann auch noch irgendwie ein gutes Ergebnis macht, dann empfinde ich so Sachen als top. Na, damit ihr so ein bisschen irgendwie mein Ranking, ähm, wie ich das dann teilweise so bewerte oder alles ein bisschen nachvollziehen könnt. Okay. Wir sind durch mit April. Ich hoffe, äh, zum aufgebraucht Mai, äh, schaue ich es auch wieder, mich zu schminken. Es sei denn, wir haben wieder 28, 29 Grad. Dann, ähm, wirklich nicht. Dann, dann lieber so als geschminkt, ehrlich gesagt. Und alles zerläuft irgendwo und stempelt ab und keine Ahnung, sieht schnell unschön aus. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem aufgebrauchten April. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Lasst mir gerne wieder eure Meinung unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!